Vielen Dank, vielen Dank, was geht ab? Ja, wir genießen den Schlappel in Vollzügen wie ein Schlaffner Urlaub wie ein Raucher, vielen Dank für diese Zeit Es verabschieden sich denen die Takt und meine Wenigkeit Wir sagen nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen als Abschiedsgeschenk Könnt ihr diese Lieder nehmen, das Beste kommt bekanntlich zum Schluss Und bei uns, ach wir sagen einfach, das wäre Kunst Change die Leben der Legenden, die halt keiner kennt Rausgeschmissen aus der Selbsthilfegruppe für enger Management Stehen unter 5000 Volt, haben ne Fehlleitung Widersprechen uns auf niedrigem Niveau, Bildzeitung Wir stürmen den Bundestag, wir sind da um zu übernehmen Sind wir Architekten, euch auch so rüberlegen Wir ändern das Programm Change die Anarchie, so ausgelassen getanzt hat die Meckel Wohl noch nie unter unserer Herrschaft Erschaffen wir den Weltfrieden Und gibt es keine CDU, dann ist dabei geblieben Naja, toller erster Part für nen Abschlusssong Aber keine Angst, der Song hat ja gerade erst begonnen Vielen Dank, vielen Dank, was geht ab? Wir alle genießen den Trouble in Vollzügen wie ein Schlaffner Oder wie ein Raucher Vielen Dank für diese Zeit Es verabschieden sich die Zeit und meine Wenigkeit Wir sagen nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen als Abschiedsgeschenk Könnt ihr diese Lieder nehmen das Beste, kommt bekanntlich zum Schluss Und bei uns, ach wir sagen einfach, das wäre Kunst Ach, was bleibt einem denn sonst noch zu sagen? Ach ja, also vielen Dank für das Ertragen Später kannst du mal sagen, du kanntest uns von Anfang an Da, als sie noch gut waren Nicht wie heute mit dem Standard-Kram Hör uns lieber jetzt, wir sind unbekannt und neu Später wett, oh nee, hoffe ich Du bleibst uns trotzdem treu Warum wir Musik machen und warum die so gut ist Äh, ja gut Groupies Vielen Dank, vielen Dank, was geht ab? Tja, wir genießen den Trouble in Vollzügen wie ein Schlaffner Oder wie ein Raucher Vielen Dank für diese Zeit Es verabschieden sich die Detail und meine Wenigkeit Wir sagen nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen als Abschiedsgeschenk Könnt ihr diese Lieder nehmen das Beste, kommt bekanntlich zum Schluss Und bei uns, ach wir sagen einfach, das wäre Kunst Bedanken wollen wir uns auch bei meinem Ghostwriter Bei unserem Beat-Produzententeam und dem Labelleiter Dann noch bei dem PR-Management und den Fotografen Und natürlich den Fans, die unseren Merch tragen Ach, das sollte gar nicht rein Vielen Dank, vielen Dank, was wir da ab Ja, das Album ist fertig, keine Texte mehr vom Ghostwriter Aber keine Sorge von uns werdet ihr noch hören Spätestens werden wir das NTE-Studio zerstören Und ja, das ist echt bald, dann kommt das neue Album Aber dann kriegen wir eine schlechte Kritik der Bild Leitung, also müssen wir gehen, die auch noch in den Krieg ziehen Jedes Jahr ne gute Tat, wir sehen uns 2017 Tja Bis zum nächsten Mal, 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 bis